O'Neillen Westen im Sommer? Ihr habt es euch gewünscht, deswegen sliden wir jetzt in das neue Video rein von Alex und Tu. Und zwar haben die eine Tierliste für die Sommerklamotten rausgehauen. Also alle Klamotten oder viele Klamotten, die für diesen Sommer 2021 im Trend sind, haben die gerankt. Ich würde vorschlagen, wir sliden rein, gucken uns an, was so für diesen Sommer im Trend ist, was nicht im Trend ist, was vielleicht für uns interessant scheint. Deswegen, wir sliden rein, lassen uns überraschen, was von der Partie ist. Let's go. Auf jeden Fall habe ich mal hier eine Tierliste zusammengestellt von Sachen, die mir sehr gut gefallen für diesen Sommer. Deswegen checkt ihr auf jeden Fall aus, bleibt bis zum Ende des Videos dran und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ich bin auch so ein Dude, ganz ehrlich, 28 Grad draußen, ich laufe mit langer Hose rum, da sehe ich mich drin. Also ich muss schon wirklich warm, warm sein, damit ich eine kurze Hose anziehe. No joke, no joke. Klar, es gibt Ausnahmen, aber wenn es geht, immer eine lange anziehen. Leute, ich würde sagen, wir fangen hier direkt mal von unten an. Also wir arbeiten uns von unten nach oben, aufführtechnisch. Also fangen wir mal erstmal an mit Slides. Tu hatte ja auch schon in seinen Sommer Sneaker-Tierlist oder Schuh-Tierlist-Video auf. Ja, haben wir auch vergangenen Sommer sehr, sehr häufig gesehen, diese Sweet Cokes, Viswim Slides oder hier diese Yeezy-Dinger. Da kann ich absolut unterschreiben, dass das für diesen Sommer einer der Big Trends ist und bleibt. Und ich finde, die passen hier auf jeden Fall auch nochmal ganz gut rein, weil so Slides einfach für den Sommer jetzt sehr angenehm sind. Vor allem, es ist nicht so ein festes Schuhwerk, sondern eigentlich... Tut mir einen Gefallen und zieht die Dinger nicht barfuß an. Muss natürlich selber jeder entscheiden, aber ja, du, wenn man die in ein Outfit integrieren möchte, dann eher mit Socken. Weil es kann weird aussehen, wenn du zum Beispiel eine lange Hose anhast und dann Sweet Cokes ohne Socken rocks. Wisst du, wie ich meine? Aber wobei, kann auch ein Vibe sein. Sollte man mal testen an der Stelle. Kommt dann auch immer drauf an, welchen Style man fahren will. Aber all over, wenn man das jetzt mal gruppiert, finde ich, ist es auf jeden Fall für den Sommer ein sehr, sehr cooles Piece. Und deswegen ranke ich das hier auch mal auf einer B. Auf einer B? Okay, 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 ich sehe. S, A, B, C, D, E. Äh, doch, kann ich mich eigentlich mit anfreunden mit der B. Ja, doch, hätte ich genauso gemacht. Aber ich habe hier nochmal weiße Lederschuhe jetzt für den Sommer. Also, ob es die New Balance 550 sind, Air Force One oder zum Beispiel Adidas. Ja, weiße Schuhe für den Sommer ist jetzt kein Trend, weil die sind immer im Trend. Ist auf jeden Fall eine wilde, wilde Geschichte für warme Tage. Es gibt ja so das eine Camp, was sagt, okay, weiße Schuhe, mein Favorite. Aber es gibt auch ein paar Leute unter euch, die sagen, all black Schuhe sind so das Nonplusultra. Und dann gibt es auch noch die Kategorie, die schwarze Air Force. Ja, mit dem Satan verbinden, vorsichtig ausgedrückt. Schlichte weiße Lederschuhe gehen eigentlich quasi immer im Sommer. Also am besten Low Top Schuhe, weil High Top ist ein bisschen warm immer. Aber Low Top Schuhe gehen auf jeden Fall klar. Und deswegen wollte ich die auch nochmal in mein Ranking mit aufnehmen. Für mich ist das jetzt nicht so was Besonderes ist und auch nicht jetzt für diesen Sommer unbedingt was mega Neues ist, weil es jeden Sommer irgendwie, sag ich mal, ja, präsent ist. Weiße Lederschuhe, ranke ich die einfach mal auf ein C ein. Ja, ja, C oder vielleicht sogar D, weil das hat eine Geschichte, die hast du jedes Jahr wieder aufs Neue. Damit wir es jetzt nie so diesen Eulen-Effekt haben. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, was war das für ein Schuh? Ein weißer, weißer, kleiner Schuh so. Let's do it. Machen wir mal weiter mit Hosen und Shorts. Dort habe ich eine Variation von langen und kurzen Hosen, die auf jeden Fall für den Sommer geeignet sind. Jetzt bin ich mal gespannt, weil kurze Hosen? Schwierig, habe ich gerade schon erwähnt. Ich frage, ob ihr da ein paar Vorschläge habt und das jetzt das, was rausgekommen ist. Ich würde sagen, wir fangen hier mal direkt an mit Sportshorts, also mit Sporthosen einfach. Im Sommer trägt man die meistens eigentlich ganz gerne, weil die halt locker sind, luftig sind. Ihr wisst Bescheid. Das ist halt mehr so diese kurze Hose, sie erfüllt seinen Zweck, ist aber jetzt wenig Fashion. Wisst ihr, wie ich meine? Ist wenig Fashion. Aber jetzt einfach mal vom Style her gesehen, würde ich die auf ein E einranken, also für mich das schlechteste. Period E. Gibt es auch F? Können die auf F gesetzt werden, bitte? Ich will F haben. Danke. Als Ausnahme, da würde ich mal direkt weitermachen mit Basketball-Shorts. Da muss ich sagen, finde ich, Basketball-Shorts sind auf jeden Fall irgendwie von der Klasse, beziehungsweise einfach von Look ein wenig nicer. Ich gebe Ihnen recht, aber jetzt auch schon in den letzten Jahren zu häufig gesehen. Also würde ich auch fast schon auf dieselbe Stufe setzen, ne? Ehrlich. Also kann man machen und ich werde auch diesen Sommer bestimmt den einen oder anderen Tag eine rocken. Aber das meine ich halt damit. Du rockst die und du siehst halt so letztendlich wie der andere aus an dem Tag. 2019 war das vielleicht so neu und doch nicht so viele hatten das auf dem Schirm. Aber mittlerweile ist es so, jeder hat irgendeine NBA-Basketball-Shorts bei sich rumfliegen. Wisst ihr, ich meine? Aber kann man machen, kann man machen. Deswegen würde ich die auch auf ein B einranken. Ich habe jetzt zum Beispiel mal auf Kicks geguckt. Oh nein, auf gar keinen Fall. Ich würde die auf D-Maximum reinpacken. Maximum. Bleiben wir mal hier direkt bei dem B-Ranking. Und da muss ich sagen, wenn man die richtige Hose findet. Und in dem Fall hätte ich jetzt mal hier als Beispiel für euch eine Stussy-Badehose. Dann finde ich, sind Badehosen, wie ich es gerade schon gesagt habe, eigentlich auch eine sehr, sehr coole Variante für kurze Hosen. Weil erstmal, sie haben auch wieder mehrere Funktionen, sag ich mal. Also einmal sind sie luftig, zweitens du kannst direkt ins Wasser gehen. Erstmal einen Köpper machen. So random, so die Straße lang laufen. Und ich brauche eine Abkühlung. Zack, rein. Wieder raus, ab nach Hause. Die auch nicht zu sehr Badehosenlastig aussieht. Da finde ich, kann man die auf jeden Fall im Sommer auch ganz... Bro, wie bist du heute nach Hause gekommen? Ich bin nach Hause geschwommen. Besonders mit paar Pieces, zu denen ich gleich noch komme, finde ich es die Zeit einfach. Aber auch das kann ich verstehen. Ich weiß, wo der Gedanke herkommt. Und da habe ich mit Sicherheit auch schon mal in so einem Sommertrends-Video erwähnt. Aber ist für mich dieselbe Stufe wie gerade. Will ich auch auf, was habe ich gesagt, auf die D packen. A, B, C, D. Ja, auf die D. Auf die D. Kann man machen, aber ist halt nicht so dieses Wow. Ist halt nicht dieses Wow. Man hat keinem irgendwas, keine Ahnung, Dickes zu tragen. Irgendwas langes oder sowas, finde ich. Sind Badehosen auf jeden Fall immer ganz nice. Nein, nein, nein. Die beiden Kollegen hier, die kommen hier hin. Der und der. Hier. Deswegen werde ich die hier auch auf jeden Fall nochmal beim B einranken. Dann haben hier noch sehr, sehr viele Leute geschrieben, dass sie Sweatshorts im Sommer sehr gerne tragen. Und da kann ich eigentlich auch zustimmen, weil die auch sehr entspannt sind für den Sommer. Keine Ahnung, sehr locker. Ähnlich wie Sporthosen. Aber dann... Ich glaube, ich habe einfach eine Abneigung gegen kurze Hosen. Ich glaube, das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Wir fallen jetzt gerade, no joke, zwei, maximal drei nice, wirklich nice kurze Hosen. Nein. Ich sage es, wie es ist. Vertraut mir einfach. Vertraut mir einfach. Ich will jetzt hier nicht nur einen auf Promopad machen. Aber glaubt es mir, die ARD eher coolste Hosen finde ich nice. So. Ob sie euch dann gefallen, ist natürlich wieder eine andere Sache, ne? Wichtig. Aber dadurch, dass die halt so einen Sweatstoff haben, sehen die auch, finde ich, schnell eher weniger gut aus. Deswegen ist da auch immer schwierig, ob man die richtigen findet. Aber zum Beispiel von Daily Paper oder Sporting Rich gibt es auf jeden Fall welche, die ganz solide aussehen. Sieht halt meistens so aus wie so eine kurze Hose, die man zum Schlafen verwendet. Ranken wir die mal hier auch auf ein C ein. Durchaus solide kann man tragen, muss man aber aufpassen. Wie ich auch auf eine D packen kann. Ich sag dir ganz ehrlich, eine kurze Hose. Ich weiß nicht, ob sie noch kommen, aber eine kurze Hose, die ich auf eine A oder B packen würde, sind zum Beispiel diese hier von Issey Miyake vom Plissé. Die gibt es in mehreren Farben. Der Stoff ist super, super nice. Ja, dieser Plissé-Stoff ist wie gemacht für den Sommer. Fühlt sich da so komfortabel mit. Da gibt es kein Kneifen, kein Schwitzen an komischen Stellen, sondern der ist einfach nice. Die fällt nice, die hat einen coolen Schnitt. Gibt es in verschiedenen Farben. Nice, nice kurze Hose. So, die finde ich wild. Also als letzte kurze Hose, also als letzte Shorts, bevor wir dann nochmal kurz zu langen Hosen kommen, habe ich dann Carpenter-Shorts bzw. kurze Anzugshosen. Ich habe da meine Perfektion. Ah, okay, okay, okay. Ich weiß, was er meint. Da gibt es ja auch zum Beispiel die von Dickies. Zu einem Look können die kommen. Wichtig, merkt euch meine Worte und dann sprechen wir uns im Juli nochmal. Ich muss mich auch nochmal auf die Suche begeben, aber ich finde, dass so Carpenter-Shorts und auch Anzugshosen allgemein, also kurze Anzugshosen allgemein, ein ganz... Kann halt schnell dieser BWL-Studenten-Vibe haben, aber kann man auch... Also muss man nicht so anziehen. Die Dinger mit einem Kurzarmhemd zum Beispiel sehen insane aus. Ich sage nochmal, hört auf meine Worte. Wir sehen uns im Juli, Freunde. Wir sehen uns im Juli. Deswegen würde ich sagen, ist das hier tatsächlich sogar, weil wir brauchen auch kurze Hosen, die weiter oben eingerankt sind, ist das für mich auf jeden Fall ein A-Tier. Deswegen liste ich die auf jeden Fall ein bisschen höher. Es geht aber hier richtig zur Sache. Ein fettner Zehner, wenn das ein A ist. Diese drei kurzen Hosen, safety. Der Kollege kann ich mich noch mit dem C anfreunden, aber dann hört es aber so weit von auf. Ein A ist die E-Sei, die ich euch gerade gezeigt habe. Das ist ein A. Es gibt halt viele Leute, die nicht so gerne kurze Hosen tragen. Ich persönlich auch nicht so gerne. Und deswegen zwei sehr gute Optionen, die locker sind, die luftig sind, die gut für den Sommer sind. Und zwar zwei gute Optionen an langen Hosen. Und zwar einmal Anzugshosen. Wenn ihr so baggy fitnere, lange Anzugshosen habt, sind die einfach sehr, sehr nice. Besonders für den Sommer mega luftig. Wirklich nicht zu warm. Also es ist wirklich sehr, sehr entspannt für den Sommer. Kann man auch wirklich an warmen Tagen. Ja, hängt natürlich auch vom Stoff dann ab. Aber gebe ich Ihnen im Prinzip erst mal recht. Und da finde ich, sind halt so Anzugshosen in B, schwarz, wie auch immer, sehr, sehr nice. Ach, der Chat hat hier jetzt nochmal einen wilden Tipp. Und zwar einfach gar keine Hose anziehen. Da gibt es jetzt so als Brand, so 19 zum Beispiel, hätten jetzt am Freitag ihren Job. Aber auch bei Thriftjobs kann man einfach mal gucken. Also bei Vintage Stores, die haben zum Beispiel alte... Freunde, jetzt no joke. Ich habe auf dem Hauptkanal das Top 5 Hosen-Video von einem Monat oder so rausgehauen. Und da gab es ja unsere berühmt-berüchtigte Amazon-Pants. Glaubt es mir, die kostet schon 20 und die kann man auch oft entspannt im Sommer anziehen. So eine Hose ist safe. Aber ich habe zum Beispiel auch so eine dicke, beige Anzugshose von Dries. Oder wie ich mir so einen Ast abschwitzen. Das kommt immer auf den Stoff an. Deswegen, Anzugshosen finde ich, sind auf jeden Fall sehr nice. Das kann man definitiv mal auschecken. Für mich deswegen ein ganz klares Art hier. Also ich liebe lange Anzugshosen. Was ich euch empfehlen würde, sind Cordhosen im Sommer. Mich meiner Meinung nach nicht so. Und deswegen finde ich, sind lange Anzugshosen. Das war ein Winz, Freunde. Cord, nicht im Sommer anziehen, bitte. Da gibt es noch dann eine, ja, bisschen andere Variante und zwar Klisee-Hosen. Dort gibt es... Aha, aha, aha. Ja, da habe ich euch gerade in kurz gezeigt. Gibt es auch in langen... Ja, Freunde, Klisee-Stoff, selbe Spiel wie bei kurzen Hosen. Für den Sommer sehr, sehr gut geeignet. Sehr, sehr gut geeignet. Also wirklich. Klisee, the way to go. Vertraut mir, the way to go. Klisee-Hosen habe ich noch keine, aber ich muss sagen, wenn man die richtig trägt, zum Beispiel mit den Sakais, würde es sehr, sehr nice aussehen. Deswegen... Hat halt so ein bisschen diesen minimalistischen Asia-Look, wenn ich verstehe, was ich meine. Aber die Dinger, hands down, the way to go für den Sommer. Sehr, sehr nice meiner Meinung nach. Deswegen ist das für mich nur ein B-Tier, dennoch sehr weit oben gelistet. B, nein, nein. Das ist das Erste, was ich hier bei A oder S sehen würde. Ich packe sogar bei S. Klisee, Hosen, kurz als auch lang, S. Fire. Dann haben auch viele Leute logischerweise T-Shirts genannt. T-Shirts gehen auch immer, aber da finde ich... Danke für den Tipp. ...einfach, ja, helle T-Shirts, farbige T-Shirts, wie ich es eben schon gesagt habe, sehr, sehr gut. Aber T-Shirts ist halt so ein Basic-Ding. Deswegen will ich das auch nicht weiter mit aufnehmen. Deswegen liste ich das jetzt einfach mal bei C ein. Ist so ein Durchschnittsding, kann man immer tragen, aber ist jetzt nichts Neues, sticht nicht wirklich raus. Was auch noch ein Kandidat ist bei S. Und da frage ich jetzt auch mal den Chat, ob ihr dafür, ob ihr da d'accord seid. Kurz am Hemden für den Sommer. Ich ziehe so gerne kurz am Hemden an. Und der Chat, ha, gibt dir da auch gerade viel Feedback. 10 von 10. Super viele haben die noch nicht auf dem Schirm. Da kann man sich nochmal so absetzen. Das gepaart mit einem T-Shirt da drunter, ein bisschen Schmuck. Fühle ich, fühle ich, fühle ich sehr, 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 sehr. Ja, Alternative zu T-Shirts, wenn man halt einfach nicht mehr anziehen will sozusagen, gäbe es noch Tanktops oder Basketball-Shirts oder Basketball-Trikots. Nicht meine Wave, aber bei anderen fühle ich den Look schon eher. Wenn es passt, dann kann es ein cooles Outfit ergeben. Ich glaube, dass es dieses Jahr noch etwas zu früh für Tanktops im Sommer ist. Ich glaube, dass es noch nicht so im Kommen ist. Vielleicht nächstes Jahr schon mehr. Aber Tanktops kann man auf jeden Fall auch noch tragen. Ist jetzt natürlich auch ein bisschen persönlicher Geschmack von mir. Deswegen ranke ich das hier mal auf dem E ein. Aber nur, dass man das noch auf jeden Fall als Alternative im Kopf hat. Mir fällt gerade auf, ich habe mir ziemlich das Beste für den Schluss aufbewahrt. Aber deswegen machen wir jetzt hier erstmal auch weiter mit einem S-Tier und zwar Westen. Diesen Sommer finde ich so als, ja, Alternative, wenn es mal ein bisschen kälter wird oder einfach als... Ohne Westen im Sommer? Also, er hat ja gerade hier die von 6 p.m. Zeit gehabt und Ashraf war so nett und hat mir tatsächlich zwei rübergeschickt. Und das sind keine Produkte, die ich im Sommer rocken würde, weil dann würde mir an den Achseln der Schweiß nur so runterlaufen. Wenn es kälter wird, finde ich, sind Westen auf jeden Fall sehr, sehr nice. Es ist halt nie zu warm, aber auch nicht zu kalt. Man kann die offen haben, dann ist es quasi echt vorluftig. Aber wenn man die zu macht, ist es auf jeden Fall ein gutes Stück wärmer. Es kommt natürlich auf die Westen an, aber diese Down-Westen, jetzt speziell die von 6 p.m., also die würde ich nicht im Sommer rocken, weil dann laufe ich rum mit einem roten Kopf und sehe aus wie eine Tomate. Es kommt dann natürlich auch darauf an, wie dick und wie warm die sind. Zum Beispiel so eine North Face Nutze-Weste. Ich weiß nicht, ob die genau so heiß ist. Ist natürlich, denke ich, zu warm. Ja, aber genau so ist die von 6 p.m., no joke. Aber es gibt bestimmt auch einige, die einfach gut für den Sommer sind, deswegen da. Oh, das geht sogar auf den S. Okay, krass. Ist bei mir disqualifiziert, weil das würde ich jetzt nicht als Sommerprodukt nehmen. Auch interessant für diesen Sommer sind Cardigans. Auch das sozusagen als Oberteil, welches... Ja, für diesen Sommer sind Winterjacken ganz nice, bro. Man kann, wenn es dann abends mal doch ein bisschen kälter wird oder allgemein wenn... Jungs, Beedies würde ich euch empfehlen. Sehr, sehr, sehr nice kombinieren und sehr, sehr nice tragen. Winterhandschuhe. Reicht jetzt, reicht jetzt. Aber guck mal, ich weiß noch, was er weint. Guck mal, hey, wir dürfen mal eins nicht vergessen. Ich stehe an den Zug. Ey, das ist Chad, stopp, stopp mir. War genug. War genug. Guck mal, was er meint, was Alex meint, ist folgendes. Nicht jeder Tag im Sommer ist 30 Grad warm. Ist nicht. Gerade auch mal vielleicht, es gibt Tage, da ist es nur 22 Grad, 20, 18 Grad. Und wenn es dann dunkler wird, ja, dann wird es dann halt auch mal frischer. So, gerade hier in Deutschland. Ich glaube, darauf bezogen meint er dieses Zwiebel, diese Zwiebeltechnik. Wisst ihr, wie ich meine, T-Shirt, drüber Cardigan und wenn mir da kalt wird, dann kann ich es ausziehen. Wenn mir, warte mal kurz, wenn mir kalt wird, dann kann ich es anziehen, so rum. Darauf ist das mehr bezogen. Darauf ist das mehr bezogen. Aber Cardigan ist auf jeden Fall auch ganz nice. Im Sommer, ganz wichtig, Sitzheizung. Was schwierig ist für mich nur ein D. Besonders, letzte Oberteil, wo ich sagen muss, da muss ich mir diesen Sommer noch auf jeden Fall das ein oder andere Hemd kaufen. Sind Kurzarmhemden. So, da haben wir die Kollegen noch. Sogar bis jetzt mein Lieblings mit den Issei-Plissee-Sachen. Meine beiden Top-Favoriten. Und zwar da Oversized-Kurarmhemden mehr. Also ich finde es nicht so nice. Ja, nicht so Oversized, sondern mehr so boxy geschnitten. Wichtig, wichtig. Aber wenn die auf jeden Fall länger sind, gefallen die mir sehr, 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 sehr gut. Und deswegen auch ein ganz, ganz klares S-Tier hier an der Stelle. Ja, Fakt. Zum Beispiel, als Beispiel von Jacques Mue gibt es ein sehr, sehr nices Kurzarmhemd. Von Prada gibt es. Von Prada gibt es insane Kurzarmhemden. Das Problem ist, dass die 850 Euro kosten. Geisteskrankteuer. Geisteskrankteuer. Ey Freunde, ich habe euch ja schon gesagt, dass wir bei ADR Kurzarmhemden rauskommen werden. Ich freue mich so sehr, euch die irgendwann zu zeigen. Und ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Sehr, sehr gespannt. Weil, eine Sache kann ich euch verraten. Wir haben da was eingebaut. Ich will nicht sagen, dass es so noch nicht gibt. Aber bei Kurzarmhemden habe ich das safe noch nicht gesehen. Und dann seid ihr irgendwie am Strand, chillt auf Ibiza oder sowas. Boah, einfach geil. Meiner Meinung nach echt Kurzarmhemden diesen Sommer. Sehr, sehr nice. Kann man oder sollte man sich auf jeden Fall holen. Weil ich bin mir 100% nicht sicher. Diesen Sommer sind die einfach extrem beliebt. Letzten Sommer sind die schon gut am Kommen gewesen. Aber diesen Sommer 100%... Schon vor drei Jahren, Bro. ...% muss man sich eigentlich eins zulegen. Ohne Witz, Futurepad musste sich vor ein paar Jährchen anhören. Öh, Bro, warum trägst du Kurzarmhemden? Siehst aus wie ein Busfahrer. Shut up. Jetzt läufst du selber damit rum. Wenn euer allgemein eher weniger Klamotten im Allgemeinen trägt, sind Accessoires sehr, sehr wichtig. Also... Wichtig, wichtig, wichtig. Accessoires. Jede Art. Warum? Ich erkläre es euch. Du hast es schon angesprochen. Sommer, eine Geschichte. Du kannst nicht viel mit Layern arbeiten. Weiß ich nicht. Cardigan. Hier geht es vielleicht doch. Nein, aber ihr wisst, im Herbst. Du hast ein T-Shirt, ein Cardigan darüber, ein Mantel, dann noch eine Bag. Wisst ihr, ich meine, du hast mehrere Schichten. Sommer fällt das weg. Es ist warm. Du musst luftig wenig anhaben. Und deswegen sind Accessoires umso wichtiger, damit du da halt die richtigen Hints nochmal setzt. Buckethead, Kette, Ringe, etc. Sehr, sehr wichtig. Ohne Spaß. So eine Sonnenbrille. Eine kleine Tasche von Jacques Mue. Da gibt es zig Sachen, die man machen kann. Aber Accessoires safe auf S, safe. Hats, also Caps. Keine Ahnung, Bucketheads. Ketten, Armbänder, Uhren. Keine Ahnung, Ringe. Also allgemein Accessoires können auf jeden Fall das Auffit nochmal einiges, einiges aufwerten. Schals können auch nochmal gut sein. Beispiel Schmuck. Also eigentlich trage ich immer halt meine Uhr. Ab und zu mal, ja, Ketten oder sowas. Ich würde auch ein paar mehr Ringe tragen, aber ich habe noch nicht meine richtigen gefunden. Letztens hat Louis, also NoFaith Studios, hat sehr, sehr nice Ringe rausgebracht. Accessoires auf jeden Fall hier ein A. Sehr, sehr wichtig für den Sommer. Und da habe ich jetzt nochmal zu guter Letzt zwei Vertiefungen einmal für euch. Und zwar einmal Sonnenbrillen. Sonnenbrillen sind auch dieses Jahr, sag ich mal, nicht mehr am Kommen. Es gibt immer Sonnenbrillen und Sonnenbrillen sind eigentlich auch immer da. Aber es gibt sozusagen den Trend momentan, dass einfach so ausgefallenere Sonnenbrillen sehr, sehr gut und sehr, sehr... Würde ich auch unterschreiben. Sonnenbrillen ist jetzt nichts Neues, aber spätestens seit letztem Sommer haben wir Sonnenbrillen, auch so abgespacedere Sonnenbrillen am Start. Aber taugt mir, taugt mir sehr. Und da habe ich einmal die Bottega Veneta BV, ich muss jetzt ablesen, 1086S für euch. Auch die Influencer Sonnenbrille genannt. Gefühlt hat die jeder. Ich habe auch diesen Sommer sehr beliebt und da auch für mich auf jeden Fall ein A-Ranking. Ja, kann ich mich zufrieden geben mit A. Und das Letzte wären dann so Pouchbags, so kleine Bags, also nichts zu groß. I told you before. Das ist im Sommer... So, die von Jacques zum Beispiel, fall mir da direkt ein, weil die haben mit diesen Look gekrägt. Sehr nice Dinger. Und auch hier wieder geben einfach einem Outfit nochmal so ein bisschen Pfeffer in der Suppe. Das gewisse Etwas kann man sich einfach nochmal hervorheben, herausstechen aus der Masse. Ja, ihr wisst, sind wieder so Cross-Buddy-Bags oder so um den Hals, wie ich sie halt jetzt gerade meinte. Sehr nice. Man will locker, luftig, einfach, keine Ahnung, Shorts, kurz am Hemd, T-Shirt, ganz entspannt rumlaufen. Und da, finde ich, sind diese Pouchbags sehr, sehr nice. Es gibt ganz viele anderen. Oder lass es nur so ein Cardholder sein, wie zum Beispiel Justin den rausgebracht hat, den du dir um den Hals hängen kannst. Meiner Meinung nach sehr nice. Finde ich sehr, sehr wichtig für den Sommer. Deswegen hier auch nochmal ein ganz klares A-Tier. Okay, Freunde, das war's mit den Sommerklamotten für 2021. Kann ich eigentlich so unterschreiben. Das ein oder andere Produkt kann ich euch vielleicht nicht so empfehlen wie der, ja, wie der Ski-Anzug. Ähm, an und für sich haben wir eine Sache gelernt und zwar, dass coolste Hosen schwierig sind. Es gibt viele coole Zuhosen und leider sind davon viele auch Trash, wenn ehrlich zu euch. Aber wir hoffen das Beste, dass wir da noch coole Sachen für diesen Sommer finden werden. Mein Favorit definitiv, kurz am Hemden, äh, Plissé und was hab ich gesagt? Accessoires. Accessoires sehr wichtig, auch inbegriffen mit den ganzen Sonnenbrillen. Das ist so mein, mein, meine Tipps, die ich euch geben kann. Weil damit kann man sich meiner Meinung nach im uniksten kleiden, auch bei 35 Grad. Alles darüber wird dann schon schwieriger. Da würde ich euch dann vielleicht doch Afferwesten empfehlen. Und die kann man dann auch, äh, bauchfrei anziehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.